ja ich werde natürlich auch gleich mal wieder nach rechts rüber gehen da ich irgendwie schon mit Abstand der langsamste bin so und jetzt geht mal wow der kämpfte richtig den Hügel auf was kommt so so ein bisschen unterhalten mir ein schocker ist natürlich auch nicht schlecht aber ich machen ein bisschen kleine ladung wenn ich so aber jetzt muss ich habe schon in atlanta ankommen und gerade war der verkehr noch vollkommen leer und jetzt auf einmal ist er richtig voll hier das geht ja nicht mit rechten Dingen zu oh und da ist eine Tankstelle juhu oh mein Gott man halt er bringt mich noch um du 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 so ja wie du es jetzt hier mitten in der Nacht zu viel verkehr oh sind da schweine drinnen so und jetzt werde ich natürlich gleich mal ruhig rechts raus fahren nur wie ihr es gehört mit blinken raus fahren ja wir haben atlanta erreicht ich muss natürlich jetzt gucken ob irgendwas kommt sieht nicht so aus das heißt wir dürfen fahren jetzt wollen wir natürlich gleich wieder rechts ach beschwer ich nicht da ist rot man ja welcome to atlanta nein außer er natürlich hier sind die zehn kilometer vor der fahrt vor der ziellinie weißt du da zertrat sich mit den wagen hinten ja scheiß bremsen ja stop engine ja wir waren das stoppen der engine 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 enter so muss natürlich jetzt auch nicht tanken 84 galon also 3,7 glaub ich also doch schon recht viel so und jetzt wo muss ich jetzt hin hier so und jetzt wo muss ich jetzt hin hier zoom okay dann links und dann die nächste wieder rechts okay so so hier und 4 so weiß noch nicht was jetzt schon wieder ist warum ich auf einmal schon wieder stern gekriegt habe da oben wahrscheinlich weil ich nur anwesend hier gerade bin dann fahren wir mal schnell 25 meilen weil sonst die hände so ein bisschen knallerig werden so und da ich weiß dass natürlich jetzt gleich wieder irgendwas passieren wird genau das hier rot kommt werden wir jetzt mal hier warten in aller ruhe so so das fand ich perfekt und natürlich außerdem hinter dieser gabel steht natürlich der wagen auch und diesmal bekomme ich nichts aber ich traue den ampeln hier nicht mehr die schalten mir zu schnell nur um deswegen bremse ich jetzt die wir hier schon ach halt zum hauen dahinter mir loskommen grün so erstes grün ich nicht ja muss man nicht ganz ja als maulmann wenn ein problem mit mausten komm damit nicht zu mir fühlt sich auch obercooler in deinem wagen grün ich rede hier auch so wir haben untererstes ziel gleich erreicht oder was aber wir gehen jetzt nicht spenden auf jeden Fall sollten wir jetzt auch bald grün haben so wir quetschen natürlich gleich sofort hier in der oh was war das ich muss jetzt hier rein so jetzt kommt erst der lustigste teil bald jetzt müssen wir das ding einpacken so mal gucken ob ich das hinkriege war davon noch nie so das talent gebäre offen und ehrlich zu so 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 also jetzt mal ganz gut aus ja huh ich hab's geschafft das erste wurde ausgeliefert wie und mit der auslieferung des 1 anhänger ist einmal machen wir jetzt hier erst mal ein stopp auf wenn das spiel naja gut es ist wahrscheinlich dann einmal spiel sage ich jetzt einfach mal mal schauen ob ich noch ein paar machen würde und ja wenn ich für sie ist auf jeden fall aber wenn ich noch einmal und sehen muss auf jeden fall bis nicht beim nächsten mal wieder bis dahin sage ich einfach mal tschau